Zum Thema Belichtungsfilm bzw. Erstellen einer Vorlage kommen von eurer Seite immer wieder Fragen. Deswegen haben wir beschlossen, diesem Komplex ein ganz eigenes Video zu widmen. Warum ist die Thematik des richtigen Belichtungsfilms eigentlich so wichtig? Das ist ganz einfach. Von der Qualität eines Films hängt nämlich am Ende maßgeblich die Qualität des Ergebnisses auf eurem Shirt ab. Schlechter Film bedeutet schlechtes Ergebnis und ihr werdet am Ende einen Haufen Ärger beim Ausspüren eurer Siebschablone haben. Ein guter Film hingegen bedeutet eine detailgetreue, scharfe Abbildung des Motivs auf eurem Shirt und ein reibungsloses Ausspüren bzw. Entwickeln eurer Schablone. So aber nun das Ganze wie immer Step by Step. Grundsätzlich könnt ihr eure Vorlagen sowohl mit Laserdruckern als auch mit Inkjet-Fotodruckern anfertigen. Standard in mittleren oder auch kleineren Siebdruckwerkstätten ist allerdings ein Inkjet-Fotodrucker. Und zwar, weil er effektiver arbeitet, besser deckt und bei all dem dennoch relativ günstig in der Anschaffung ist. Schon die mittelpreisigen Inkjet-Fotodrucker der großen Anbieter wie zum Beispiel Canon, Epson, Brother oder HP sind so gut heutzutage, dass man selbst die feinsten Details mit ihnen problemlos deckend drucken kann. Bei günstigeren Laserdruckern ist die Deckkraft auf Filmen oft nicht so optimal und ihr müsstet dann den Bauernweg gehen. Soll heißen, ihr müsstet zwei Folien übereinander montieren oder mit Verdichterspray arbeiten. Zur Not geht das sicher auch. Die Randschärfe bei feineren Details leidet darunter aber ganz klar. Deswegen ist unsere klare Empfehlung für euch. Benutzt Inkjet-Fotodrucker und eine anständige Tinte. Zumindest eine anständige Nachfülltinte. Ist die Entscheidung gefallen und ihr wollt den Inkjet-Weg gehen, dann gibt es eigentlich nur noch zwei wichtige Themen. Nämlich erstens, auf welches Medium soll heißen, auf welchen Belichtungsfilm wollt ihr drucken? Und zweitens, wie könnt ihr euren Drucker so einstellen, dass er möglichst scharf, satt und deckend druckt? Zum Thema Belichtungsfilm gibt es von unserer Seite eine ganz klare Empfehlung und die heißt Mikronom Pro. Unser beliebter Premium-Belichtungsfilm für Inkjet-Drucker. Mit einem ganz wenig Selbstbewusstsein kann ich sagen, dass wir euch mit dem Produkt wieder eines aus der ersten Liga anbieten können. Erhalten könnt ihr diesen Belichtungsfilm bei uns in allen üblichen DIN-Formaten und auch als Rollenware. Durch die einseitige Spezialbeschichtung, die man auch spüren kann, nimmt dieser Film die Tinte satt auf und lässt sich schnell trocknen. Das heißt, kein Verlaufen, keine unsauberen und verschmierten Konturen und auch keine streifigen Graudrucke. Dagegen sattes Schwarz und eine hohe Kantenschärfe. Ich habe jetzt hier mal zwei Folien für euch zum Vergleich. Wir haben auf der linken Seite einen No-Name-Belichtungsfilm und hier rechts unseren Mikronom Pro. Ihr könnt es jetzt schon ganz deutlich sehen und wer schon mal mit einer Overhead-Folie oder einer No-Name-Folie gearbeitet hat, kennt auch die Problematik. Ihr seht es hier ganz schön an den Passermarken. Links die Passermarke bei dem No-Name-Film ist eher gräulich und die Kanten sind verschwommen. Und rechts auf unserer Mikronom Pro ist alles sehr scharf und satt Schwarz. Technisch kann man sich den Mikronom Pro-Film als transparentes Premium-Fotopapier vorstellen. Und damit wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema. Nämlich, wie bringt ihr eurem Drucker bei, diesen Film optimal zu bedrucken? Die Antwort, die ist simpler als ihr denkt. Ihr müsst den Drucker einfach nur so einstellen, als würdet ihr ein hoch aufgelöstes Foto auf Premium-Fotopapier drucken wollen. Dazu geht ihr im erweiterten Drucker-Menü auf die Option Fotodruck, beste Fotoqualität oder ähnlich. Dann wird er schon die optimale Qualität drucken. Bei der Papierauswahl solltet ihr Premium-Glossy-Fotopapier einstellen oder auch etwas ähnliches. Dann wird die maximale Menge an Tinte auf eure Folie transportiert werden. Bei manchen Druckern gibt es bereits die voreingestellte Foliendruckoption. Das kann auch super funktionieren, muss es aber nicht unbedingt. Das ist von Drucker zu Drucker unterschiedlich. Ihr solltet euch hier einfach ein paar Mal ausprobieren und euch die Einstellungen notieren, die die besten Ergebnisse erzielen. Weil das wird euch beim nächsten Mal viel Zeit sparen und ihr könnt effektiv produzieren. Wie ein guter Film am Ende dann zum Beispiel aussehen könnte, das seht ihr hier. Der ist deckend schwarz und kantenscharf. Wie detailgetreu ihr auf unseren Mikronomen Pro drucken könnt, das seht ihr hier bei diesem feinen Fotorasterdruck. Aber um vollends professionell arbeiten zu können, bekommt ihr bei uns diese kleine, aber feine Inspektionslupe. Mit der könnt ihr euch die Randschärfe ganz genau anschauen und somit die Qualität des Films überprüfen. Achtung! Wenn das Motiv auf eurem Film noch Licht durchlässt und eher grau als schwarz wirkt, dann müsst ihr unbedingt nochmal an die Druckereinstellungen ran. Blockt nämlich das Schwarz auf eurem Film das Licht nicht, kann das bedeuten, dass beim Belichten der Fotoemulsion Licht durch die vermeintlich schwarzen Stellen dringt und auch die Fotoemulsion unter dem Schwarz aushärtet. Und das bedeutet beim Ausspülen der Schablone, dass ihr das Motiv nicht sauber herauslösen könnt. Und ihr wisst alle, das ist überaus unerfreulich. Um den Komplex der Belichtungsvorlagen abzuschließen, möchte ich euch jetzt noch eine alternative Methode zum Erstellen von Belichtungsvorlagen zeigen. Viele unserer Kunden sind Grafiker, Tätowierer oder Künstler und können ausgesprochen gut mit der Hand zeichnen. Da liegt es also nah, mit einem gut deckenden Edding direkt auf die beschichtete Seite des Mikronom-Profilms zu malen oder zu schreiben. Auch wenn das jetzt bei mir nicht ganz so nice aussieht, kann man trotzdem erkennen, dass es gut deckend ist. Um einen weiteren einzigartigen und besonderen Effekt zu erzielen, könnt ihr auch einfach mit einem Pinsel Farbe direkt auf den Film malen. Das blockt das Licht beim Belichtungsvorlagen auch wunderbar. Das dauert dann zwar ein bisschen länger, bis es trocken ist, aber wie gesagt, es deckt. Und das ist übrigens unsere Textprint AQ Farbe. Okay, ich hoffe, ich konnte euch auch bei diesem Mal alle benötigten Informationen mit an die Hand geben. Sollte das nicht der Fall sein, dann lasst uns doch einfach eure Fragen hier in den Kommentaren da oder ruft uns an. Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Kanal abonnieren, um mit uns gemeinsam über Siebdruck auf dem Laufenden zu bleiben. Und ja, über eine positive Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Ansonsten bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020